Wir wollen heute im Alten Testament bleiben und ich möchte mit uns heute einen Flug durch ein Buch machen und einige Punkte dort entnehmen, die sehr wichtig für uns sind. Es sind Punkte, die uns persönlich angehen, aber auch ganz besonders die Gemeinde Gottes insgesamt. Nun, wo ich dieses Buch mit der Perspektive der Gemeinde und des Wachstums in der Gemeinde gelesen habe, da wurden mir viele Dinge besonders wichtig und die will ich heute mit uns teilen. Man könnte eigentlich bei jedem einzelnen Punkt tief gehen und wirklich so viel draus nehmen, aber heute belassen wir uns mit einem Überflug oder einem Jet-Tour durch dieses Buch und wir befinden uns in diesem Buch zwischen circa 446 bis 433 vor Christus und wahrscheinlich gehörte dieses Buch damals, so sagt man, zu einem anderen Buch hinzu und irgendwo im Laufe der Geschichte wurde es dann getrennt und das wurde auch höchstwahrscheinlich von einem Priester geschrieben, doch aus der Perspektive eines anderen Mannes und wahrscheinlich dann aus seinem Diary oder seinem Tagebuch. Man sagt, dass dieser Mann, über den dieses Buch geht, einer der besten Bauingenieure jemals war. Wisst ihr, wer das war, Kinder? Weiß jemand? Jungscher? Jugend? Nehemiah, richtig. Lass uns das Buch Nehemiah aufschlagen. Wir fangen im ersten Kapitel an und das passiert jetzt alles ungefähr zwölf Jahre, nachdem Esra, der Priester, mit den Rückkehrern nach Jerusalem kam, um den Tempel dort aufzubauen. Und ich habe sechs Punkte, die ich aus der Geschichte Nehemiahs rausnehmen werde, aus den ersten sechs Kapiteln. Der erste Punkt, wir sehen Nehemiahs Reaktion auf den Zustand seines Volkes. Zu der Zeit waren Nehemiah schon 20 Jahre in Susann. Susann, das ist die Königstadt, eine medopersische Festung, nördlich vom persischen Golf. Und er war dort ganz nah beim König. Er war einer seiner vertrautesten Männer beim König. Er war nämlich der Mundschenk des Königs. Das heißt, er musste das Trinken und das Essen kosten, bevor es dem König gegeben wurde. Also er riskierte eigentlich sein Leben, um das Leben des Königs zu retten. Und jetzt, nach 20 Jahren, wo er in Susann ist, da kommt Hanani, sein Bruder, und berichtet mit einigen anderen Brüdern und er fragt, wie geht es den Brüdern in Jerusalem, wie geht es in Jerusalem? Und wir lesen die Antwort, die er bekam im Vers 3. Da sprachen sie zu mir. Die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, die befinden sich in der Provinz im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und was für eine schreckliche Nachricht, die ihr mir hier bekommt. Dein Volk, sie liegen dort in Trümmern, in Schmach, in Unglück. Stellen wir uns das mal vor, wir sind irgendwo außer Land. Nach einiger Zeit kommt jemand aus dieser Gemeinde uns besuchen. Und wir fragen, wie geht es der Gemeinde Shalom in Steinbach? Und wir bekommen zu hören, die Gemeinde hat sich zerstritten, sind auseinandergegangen, das Bethaus wurde runtergerissen. Stellen wir uns das mal vor. Und genau so war das. Die Mauern sind mit Feuer verbrannt, die Tore mit Feuer verbrannt, die Mauern runtergerissen. Das Volk lebt in Unglück. Und wir sehen Nehemiahs Reaktion, Vers 4, Kapitel 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid. Etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wir sehen, Nehemiah ihm packt diese Nachricht. Sein geliebtes Volk war zerstört in Trümmern. Die Festung der Stadt Jerusalems war kaputt. Und er weint und trug Leid. Was für ein Anblick. Und dann folgt das Gebet Nehemiahs. Er bittet Gott um Vergebung, um Erhörung, um Vergebung. Die Sünden seines Volkes, aber auch seiner eigenen und die seines Vaters Hauses. Er kommt in Reue, in Buße und in Demut vor Gott. Und dann bittet er Gott, dass er ihm gelingen gibt bei der folgenden Aktion, die er vorhat. Dass Gott das Herz des Königs lenkt und ihm Barmherzigkeit gibt vor dem König. Und ich wollte uns hier an dieser Stelle eine Frage stellen. Wie sieht unsere Reaktion aus, wenn wir die Gemeinde in einem kaputten Zustand sehen? Sei es vielleicht irgendeine Not in unserer Gemeinde. Oder sei es die Gemeinde weltweit. Wenn du davon hörst, dass Gemeinden kaputt gehen. Dass sie sich zerspalten. Dass sie sich verwältlichen. Was für Reaktionen bringt das bei dir hervor? Wenn du hörst, dass die Gemeinde Gottes leidet und es ihr gar nicht gut geht. Dann kümmert es dich überhaupt. Schmerzt es dir. Wir sehen, ihr mehr war erschüttert bei der Nachricht. Es brach ihm sein Herz. Er weinte bitterlich. Ja, wenn du siehst, wie Sünde sich vielleicht eingeschlichen hat in der Gemeinde. Wenn die Welt sich vielleicht einmischt in den Dingen der Gemeinde Gottes. Schmerzt es dir. Wenn auf einmal in der weltlichen Gemeinde bunte Farben erscheinen am Bethaus. Und du da vorbeifährst, schmerzt es dich. Wenn die Ungerechtigkeit Überhand nimmt. Nun, ihr mehr. Er brachte es im Gebet vor Gott. Er bekannte die Sünden der Menschen. Nicht mal seine eigenen zuerst, sondern der Menschen. Und dann auch seine eigenen vor Gott. Und wie wichtig ist es, wenn wir die Not der Gemeinde sehen, dass wir uns vor Gott demütigen. Und seine Gnade suchen. Dass wir seine Vergebung suchen. Und nicht nur für die Sünden anderer Menschen, sondern selbst für unsere eigenen Sünden. Dass wir in uns gehen und bei uns. Uns prüfen. Und bei Gott um Vergebung bitten, wo wir vielleicht gesündigt haben. Ja, Gott kann die Gemeinde nicht bauen, wenn wir nicht die Heiligung suchen. Wenn wir nicht ein demütiges, vergebungssuchendes Herz haben. Nun, ihr mehr. Er stoppte dort auch nicht. Sondern er wollte etwas tun. Gott hat ihm etwas ins Herz gelegt. Und er bat Gott um seine Hilfe. Er war bereit, sich für sein Volk einzusetzen. Und wie wir gleich sehen werden, auch sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen dafür. Wieder, wie sieht das bei uns aus? Was für Reaktion bringt das bei uns hervor, wenn wir die Gemeinde in einem kaputten Zustand sehen? Haben wir den Wunsch, uns hinzugeben für Gott, um die Gemeinde zu bauen? Um die Gemeinde vielleicht wieder zu ermutigen, aufzurichten? Motiviert es uns, aktiv zu werden? Und wir brauchen ganz besonders diese Männer, die vorangehen. Denen die Not, wenn sie sie sehen, nicht kalt lässt, sondern die, die wirklich eingreifen. Die gerade das in ihnen bewirkt, was es in Nehemiah bewirkt hat. Wir brauchen ganz besonders Männer, die Initiative ergreifen. Die sich hingeben für seine Gemeinde. Und nicht nur Männer, auch Frauen, sogar Kinder. Aber wenn die Männer vorangehen, das braucht die Gemeinde. Und wir gehen weiter mit der Geschichte. Kapitel 2. Nehemiah erscheint traurig vor dem König, als er ihm Wein zu trinken gab. Und Nehemiah sagt selbst, ich war noch nie vor ihm traurig gewesen. Wenn er vor dem König traurig erscheint, das konnte ihm sein Leben kosten. Bei dem König, vor dem König durfte man nicht traurig sein. Durfte man kein trauriges Gesicht haben. Es war nicht erlaubt. Und wir sehen auch das, wo der König ihn fragt, warum bist du so traurig? Es kann nichts anderes, als ein betrübtes Herz sein. Nehemiahs Reaktion, im Vers 2, da sagt er, da fürchtete ich mich sehr. Warum fürchtete er sich? Weil es nicht erlaubt war, vor dem König traurig zu erscheinen. Wir sehen, er setzt sein Leben hier aufs Spiel. Der König konnte ihn hingerichtet haben. Doch dann erzählt er dem König seine Sache, die ihn so beschäftigte. Und durch Gottes Gnade wurde ihm seine Bitte, die Stadt Jerusalems wieder aufzubauen, gewährt. Dem König gefiel es sogar, ihm hinzusenden. Und glaubt mir, wenn Gott dem Menschen etwas aufs Herz legt, das Wollen gibt, dann wird er auch das Vollbringen schenken, oder? Und dann, einige Zeit später, kommt Nehemiah nach Jerusalem. Und er macht sich nach drei Tagen, die er dort ist, macht er sich auf den Weg bei Nacht mit wenigen Männern, um die Mauern zu untersuchen. Und er sah die niedergerissenen Trümmern, die verbrannten Tore, allen Schutt und Asche. Und dann kehrt er wieder heim. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Nehemiah macht die Arbeit von Anfang an gründlich. Für mich war das hier wichtig, stehen zu bleiben und etwas zu beobachten. Nehemiah, er kommt dort an. Und er fing nicht sofort an, die Menschen zusammen zu trommeln. Komm, jetzt müssen wir hier die Mauern wieder aufbauen. Let's go, wir machen das jetzt schnell. Nein. Er untersuchte die Mauern. Er ging erst mal selbst bei Nacht. Er schaute sich die Not an. Er machte sich ein Bild davon. Und er stellte einen Plan her. Und mit diesem Plan fing er dann an, die Menschen zu ermutigen dazu. Wie wichtig ist es, dass die Arbeit in der Gemeinde oder im Reich Gottes ernst genommen wird. Nicht mit Leichtsinnigkeit. Oder Hauptsache, es ist schnell getan. Sondern von Anfang an, dass wir die Dienste, die wir haben, ernst nehmen. Denn es ist Gottes Werk. Wenn Gott uns eine Not in der Gemeinde oder im Reich Gottes aufs Herz liegt und wir verstehen, was Gott von uns haben will, dann müssen wir es von Anfang an ernstlich tun. Die Gemeinde Gottes darf nicht gleichsinnig gebaut werden. Wir dürfen nicht an unsere Dienste mit Leichtsinnigkeit gehen. Liebe Geschwister, nehmen wir die Dienste, die wir haben, ernst. Machen wir sie gründlich. Von Anfang an. Wenn es die Predigt ist, um die Gemeinde Gottes zu erbauen, nimmst du es wirklich ernst. Breitest du dich gut vor und Hauptsache deine Predigt ist schnell vorbei und dann kannst du wieder relaxen und die Füße hoch machen. Wenn es die Mission vielleicht außen ist, machst du es gründlich und von Herzen. Breitest du dich gut dafür vor, untersuchst du die Not, bevor du ans Werk gehst. Wenn das das regelmäßige Gebet ist für die Gemeinde oder für Bekehrungen oder was das ist, tust du es bewusst und ernstlich oder immer nur ganz kurz und schnell, Hauptsache ist es gesagt. Worauf ich hinaus will, Nehemiah, er schaut sich die Not erst mal genau an. Er breitete sich vor. Er machte Pläne und dann fing er an, die Mauern zu bauen mit den Menschen. Dann fing er an, andere zu ermutigen. Und das ist so wichtig, wenn Gott uns eine Last aufs Herz legt zum Bau der Gemeinde oder seines Reiches, dass wir uns vorbereiten, dass wir es gründlich machen von Anfang an. Ist dir die Not wirklich bewusst? Bewegt sie dir, wie es bei Nehemiah war? Ist es für dich eine Herzenssache? Die Gemeinde ist heute nicht verschont von Nöten und Problemen. Die Gemeinde ist nicht verschont von Angriffen des Feindes. Die Mauern der Gemeinde, die müssen aufgebaut werden. Wenn wir als Gemeinde Gottes am Anfang da stehen bleiben, wo wir angefangen haben im Glauben, dann haben wir ein Problem. Wir sind dann so anfällig, wie die Menschen, die in Jerusalem gewohnt haben, ohne Mauern. Der Hebräerbriefschreiber, er warnt die Christen davor, am Anfang des Glaubens stehen zu bleiben. Und das haben wir Freitag auch schon gehört. Er warnt sie davor, nicht voranzukommen, nicht im Glauben zu wachsen. Ein Christ muss wachsen. Er kann nicht immer von der Milch leben. Er muss Fortschritte machen. Die Gemeinde muss Fortschritte machen. Wir müssen Probleme erkennen, wir müssen die Not erkennen und wir müssen am Werk Gottes anpacken. Das können wir aber nicht tun, ohne ein Herz, das sich komplett Gott hingibt, wie Nehemiah, in Demut. Ein Herz, das bußfertig ist. Er reinigte sich selbst, bevor er ins Werk ging. Und er breitete sich gut vor. Und das können wir auch nicht tun. Wir können die Mauern der Gemeinde nicht bauen, wenn wir das Werk nicht zusammen beginnen und zusammen weiterbringen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Das ist die wichtige Zusammenarbeit am Bau der Gemeinde. Ich lese die Verse in Kapitel 2, 17 bis 18. Da sprach ich zu ihnen. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Wir sehen zuerst eine richtig gute Sache. Nehemiah, dem Gott diese große Not gezeigt hat und aufs Herz gelegt hat. Er war so voll davon. Er ruft die Menschen zusammen und schildert ihnen komplett diese Not, in der sie sich befinden. Er zeigt den Menschen das, was er gehört hat, das, was er gesehen hat. Und er macht ihnen diese Not so wichtig. Und das ist genauso bei uns wichtig, wenn Gott uns eine Not zeigt und aufs Herz legt. Dass wir die Last nicht alleine tragen, sondern dass wir sie mit der Gemeinde teilen. Dass es der ganzen Gemeinde zum Herzensanliegen wird. Und wir sehen Nehemiah, er schildert ihnen die Lage. Und dann, nachdem er ihnen davon erzählte, wie Gott ihn geführt hatte, da sagten sie alle zusammen, kommt, lass uns bauen. Sibel, der Gemeinde zu Jerusalem wurde diese ganze Not zu einer Herzenssache. Sie wollten bauen. Sie wollten die Mauern wieder aufrichten. Das Werk Gottes voranbringen. Und dann lesen wir, sie stärken ihre Hände zu dem Werk. Und wie wichtig auch das ist, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, sagt Folgendes, darum ermahnt einander und erbaut einer dem anderen, wie er es auch tut. Judas 1, Vers 20 sagt, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf den allerheiligsten Glauben. Die Erbauung einer dem anderen, das ist so wichtig. Wir müssen einander stärken zum Werk. Wie können Menschen sich erbauen, wenn sie uneinig sind? Wenn sie Streitigkeiten haben oder verschiedene Einstellungen haben, der andere sagt, oh, die Gemeinde muss gebaut werden, der andere sagt, nee, Hauptsache ich bin gerettet, dann ist ja alles gut. Diese zwei können sich nur schwer erbauen zum Werk, oder? Doch wo sie dann einig hier ans Werk gehen, dann sehen wir Folgendes, es kommt Widerstand. Einigkeit bringt Widerstand. Nämlich Sanballat und Tobiah und Geshem, sie fingen an zu spotten und sie zu verachten für das, was sie vorhatten. Ja, sie haben noch nicht mal angefangen, aber die Einigkeit war da, das Vorhaben war da und hier fing der Spott schon an. Der Feind schläft nicht. Wenn wir als Gemeinde einig werden und zusammenhalten, zusammenwirken, dann ermutigt das dem Feind, gegen uns sich zu lehnen, sich aufzuheben und zu verspotten. Der Feind will es verhindern, dass die Gemeinde wächst. Er will es verhindern. Doch wir sehen in dieser Situation, sagt Nehemiah Folgendes, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Der Gott des Himmels sagt uns, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, Gott soll unsere Zuversicht und Stärke sein. Gott soll das Werk leiten und führen. Gott soll es voranbringen. Nun weiter zur Zusammenarbeit am Bau der Gemeinde, Kapitel 3. Ich lese kurz einige Verse, ganz schnell. Kapitel 3 zeigt so ein schönes Bild. Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Vers 2. Neben ihm bauten die Männer von Jericho und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Vers 3. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Und weiter geht's. Vers 12. Neben ihm besserte Schalom aus, er und seine Töchter. Vers 14. Das Misstor aber besserte Machia aus, der Sohn Rechabs, der oberste über dem Bezirk Bet-Kerem. Vers 17. Nach ihm besserten die Leviten aus. Und weiter geht's. Was für ein Bild. Die Mauern wurden zusammengebaut, Seite an Seite. Da waren hohe Priester am Werk, da waren einfache Männer am Werk, da waren Männer mit ihren Töchtern und Familien am Werk, da waren oberste Führungspersonen am Werk, da waren Leviten. Ja, in anderen Worten, sie haben als ganze Gemeinde zusammengearbeitet am Bau der Mauern. Ob du jetzt ein Leiter bist, ein Prediger, ein Redner oder ein Arbeiter oder einfach eine Familie in der Gemeinde, egal wer du bist, keiner ist ausgeschlossen. Am Werk Gottes, am Bau der Gemeinde sollen alle mit anpacken. Die Gemeinde muss zusammenhalten, jeder an seinem Platz und jeder hatte hier auch eine andere Aufgabe. Die einen bauten das Tor, die anderen machten dies, die anderen bauten hier an der Mauern. Jeder hatte seine Aufgaben und genauso ist es. Nicht jeder kann die Hand sein am Leib Christi. Nicht jeder der Fuß. Jeder hat eine verschiedene Aufgabe. Jeder ist gebraucht. Der eine soll fleißig das Wort predigen, der andere soll dahinter stehen und beten. Noch andere bringen die Botschaft durch Gesang weiter. Noch andere sind in der Mission aktiv, aber die Gemeinde soll beten. Und andere sind in der Kinderarbeit aktiv. Egal wo es ist, Gott will jedem gebrauchen. Er will jedem gebrauchen. Aber wichtig ist zu wissen, er braucht uns eigentlich gar nicht. Er braucht uns eigentlich gar nicht. Gott kann das Werk auch alleine machen. Gott konnte die Mauern noch selber bauen. Aber er gebrauchte die Menschen, um diese Mauern aufzubauen. Und er will uns aber gebrauchen. Das ist das Schöne. Er will uns gebrauchen. Er will uns die Möglichkeit geben, uns hinopfern für ihn. Er will uns die Möglichkeit geben, diese Frucht zu erleben, diese Freude zu haben am Werk. Ein Missionar erzählte einmal, wie er mit seinem Schwiegervater auf dem Feld war und arbeitete. Er half ihm auf der Farm. Und er erzählte, dass er so einen Heuballen hatte und er musste diese Heuballen nehmen und mit Anlauf irgendwo draufwerfen, auf den Stapel, glaube ich. Und wo er es einmal so getan hat und diesen Heuballen geworfen hatte, da rief der kleine Sohn, er war vielleicht, ich weiß nicht, fünf Jahre oder so, rief er, Papa, ich will dir auch helfen. Und dann ließ er seinen Sohn unten anfassen und er beschrieb es so, dass er kaum mit den Fingerspitzen unten dran kam. Also er half wirklich nicht viel. Er kam so gerade mal dran und so nahm er diesen Heuballen und zusammen liefen sie und er warf ihn mit aller Kraft auf den Stapel. Und wo sie fertig waren, da rief der kleine Sohn voller Freude, Papa, Papa, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehen wir, genau so ist das. Gott bringt das Werk voran, doch er will uns gebrauchen als Gemeinde. Er will uns jedem persönlich gebrauchen. Und wie schön, wenn wir dann die Freude und die Frucht davon erleben können, oder? Nun, der vierte Punkt, Antwort auf Widerstand von außen. Wir sehen am Ende vom Kapitel 3, nachdem diese Zusammenarbeit geschildert wurde, wie Sanballat wieder hörte, dass die Mauern jetzt gebaut werden. Und wir lesen im 33. Vers und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Ja, glaub mir, so mehr die Gemeinde wächst, je mehr die Mauern der Gemeinde wachsen, so mehr Spott und Widerstand wird von außen kommen. Wenn die Welt anfängt, die Gemeinde zu lieben und sich mit ihr gut zu verstehen und zu vermischen, dann wissen wir, dass wir ein Problem haben. Hier wurden die Mauern gebaut, je höher sie wuchsen, so mehr Widerstand kam. Und wir lesen Kapitel 4, die ersten zwei Verse. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah und die Araber, die Ammoniter und die Astroditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Die Lücken schließen sich, die Mauern werden sicherer, die Stadt steht fester, Probleme werden aus dem Weg geräumt und jetzt will der Feind mit Gewalt die Stadt zerstören und den Bau der Mauern verhindern. Doch was tat das Volk, wo dieser Widerstand von außen kommt? Die Reaktion des Volkes ist das Erste, sie beten zu Gott. Sie beten zu Gott. Und glaub mir, wenn die Mauern der Gemeinde wachsen, wie ich schon gesagt habe, wenn die Gemeinde eifrig wirkt im Reiche Gottes, wenn die Gemeinde gefestigt und gegründet wird und geheiligt wird, abgesondert wird von der Welt, dann wird der Widerstand des Feindes härter und das ist so. Je mehr wir uns von der Welt absondern und heiligen, so mehr wird es Widerstand geben. Es werden Kämpfe kommen. Es kann durch Verschiedenes sein. Vielleicht wollen sie irgendwie den Ruf der Gemeinde zerstören oder sie lauern irgendwie auf kontroverse Dinge, um die Gemeinde vielleicht zu verklagen. Das hört man immer mehr. Wenn jetzt jemand irgendwas gegen die Woke Agenda sagt oder man verweigert als Pastor das Trauen von gleichgeschlechtlichen Paaren, was immer es ist. Pastoren werden angeklagt, müssen vor Gericht gehen, das hört man immer mehr. Je mehr wir abgesondert werden von der Welt, so mehr Widerstand gibt es. Der Feind kann es nicht ertragen, wenn die Gemeinde wächst, wenn die Gemeinde gebaut wird, wenn die Gemeinde einig steht und dem Herrn dient. Und er wird die Gemeinde angreifen. Und wir sehen, sie beten zu Gott und das soll immer unsere erste Reaktion sein, zu Gott zu beten. Gott ist unsere Hilfe. Und das Zweite, was das Volk macht, ist, sie stellen Wachen auf. Vers 3, lesen wir es, Kapitel 4, Vers 3, dass sie Wachen aufstellen. Tag und Nacht. Und wer schenkte den Sieg? Waren es die Wachen, die standen? Nein, es war der Herr. Vers 9, die Feinde hörten, dass es ihnen bekannt wurde und dass Gott ihren Plan zunichte gemacht hat. Und dann sehen wir, das Volk baut weiter. Gott hat ihren Plan zunichte gemacht. Nicht die Wächter, die dort stehen. Nein, das Volk stand immer noch wache, aber Gott war es, der den Sieg geschenkt hat. Und wenn der Herr es ist, der die Gemeinde baut, da brauchen wir uns nicht zu fürchten. Da können wir ausrufen, wie Nehemiah im Vers 8, und ich besah es und mach mich auf und sprach zu den Vornehmsten und den Vorstehern und zum übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Fürchtet euch nicht, gedenkt an eurem Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Nach diesem Ereignis taten sie noch etwas als Antwort zu diesem Widerstand. Wir sehen, die Hälfte der Diener von nun an arbeitete an dem Werk zum Bau der Gemeinde und die andere Hälfte, die tat was? Die bewaffneten sich und hielten Wache. Und ich musste hier staunen, das beschreibt so die beiden Fronten der Gemeinde. Wenn alle am Bau der Gemeinde arbeiten und nur in der Gemeinde sind und da keiner ist, der Wache steht gegen die äußerlichen Angriffe des Feindes, dann ist die Gemeinde, glaube ich, anfälliger und schwächer. Ja, das Volk hat sich auf Gott verlassen, auf jeden Fall, aber es war ihnen bewusst, dass sie nicht passiv sein sollten, sondern sie sollten wachsam sein. Wir sehen, einige bauten, andere rieten Wache. Die Gemeinde muss auf beiden Fronten kämpfen. Der Gemeindebaum muss weitergehen. Der geistliche Wachstum muss vorankommen. Die Heiligung darf nicht aufhören, das Ermutigen muss fortfahren. Doch gleichzeitig muss die Gemeinde wissen, welche Angriffe von außen kommen, welche Gefahren von außen lauern, die in die Gemeinde sich eindringen wollen. Die Gemeinde muss genauso Wache stehen. 1. Petrus 5 Verse 8 bis 9 Seid nüchtern und wacht, der neue Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Seid nüchtern und wacht. Und der Feind, er will die Gemeinde stürzen, er will die Gemeinde verhindern, dass sie wächst. Er will sie verwirren, er will die Gemeinde zum Streiten bringen, zum Stolpern führen, sie einfach zerstören. Und das umso mehr, umso mehr die Gemeinde wächst und fester wird. Aber alleine können wir da nicht standhalten. Petrus sagt im Vers 10 Der Gott der Gnade aber, er selbst möge euch völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Und genau das ist das. Deshalb ist Gebet und das Vertrauen auf Gott in allen Bereichen absolute Priorität. Nun, die Antwort auf Widerstand von außen soll Gebet, Wachsamkeit und Bereitschaft zum Kampf auf beiden Fronten sein. Da sehen wir der fünfte Punkt, Antwort auf Widerstand von innen. Kapitel 5 geht weiter. Kapitel 5, kaum beruhigte sich die Lage von außen, etwas, da ging es wieder los, aber diesmal von innen. Es waren auf einmal Missstände im Volk, da, es war auf einmal ungerechtes Handeln oder Sünde im Volk da und das Volk konnte nicht mehr weiterbauen. Es war nämlich so, dass ein großes Geschrei vom Volk und ihrer Frauen gegen ihre Brüder aufkam. Vers 1 lesen wir davon. Und wahrscheinlich waren diese Brüder, diese Juden, die vornehmen unter dem Volk, die mit Tobias und Sanballat verbündet waren und sie nutzten das Volk aus und beraubten sie von allem, was sie hatten, sodass sie sogar ihre Kinder als Knechte und Mägde hingaben. Nun, es konnte so gewesen sein, dass die vornehmen Juden, die wahrscheinlich auch reich waren, den Volk Geld geliehen haben, auf das sie Steuern zahlen konnten, dem König von Persien. sie waren ja auch nicht fähig, während sie bauten, das Land zu bearbeiten und Farm zu treiben und so weiter, konnten sie ja nicht machen, so mussten sie Geld leihen und dem König bezahlen und indem diese Männer ihnen das Geld geliehen haben, trieben sie noch diese Steuern so hoch, dass das Volk es nicht mehr zahlen konnte und so fingen sie an sich zu beklagen wegen dieser Ungerechtigkeit und wir sehen Nehemiah er wird zornig er wird zornig im Vers 6 lesen wir davon und was macht er er überlegt bei sich selbst und dann rief er die Juden zu sich und er wies sie zurecht erklärte alles nun sie räumten diese Missstände auf und wo das aufgeräumt war was passierte Vers 13 und die ganze Versammlung sprach Amen und sie lobten dem Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort die ganze Versammlung war wieder einig sie fassten neuen Entschluss und sie waren wieder so froh dass sie den Herrn lobten und sie konnten wieder am Bau der Stadt weiter arbeiten und liebe Gemeinde es werden immer wieder Missstände aufkommen wie schön wenn es immer weniger werden so mehr die Gemeinde wächst doch wenn Missstände oder Sünde oder ungerechtes Handeln aufkommt in der Gemeinde dann muss es entfernt werden es muss entfernt werden da muss ein göttlicher Zorn hervorkommen besonders bei den führenden Personen bei der Leitung die dann Verantwortung übernehmen und die Missstände aufräumen genauso wie neben hier wir sehen wo die erste Gemeinde im Neuen Testament wo sie wuchs und die Zahl der Gläubigen zunahm da sehen wir auch dass so ein Missstand aufkam in der Gemeinde die Hellenisten sie murrten weil die Witwen bei der Hilfeleistung übersehen wurden und was machen die Jünger sie kommen auch sofort zusammen sie berieten sich und sie kamen mit einer Lösung und sie stellten sieben Diakone ein und auch hier sehen wir dass es der ganzen Menge gefiel genau wie der Versammlung zu Nehemias Zeiten es gefiel der Menge Missstände und Ungerechtigkeit oder Sünde muss so schnell es geht aufgeräumt werden die Mauern der Gemeinde können nicht weiter gebaut werden wenn Sünde in der Gemeinde ist da müssen wir ganz konsequent sein jekobus 5 vers 16 sagt folgendes bekennt einander die übertretungen und betet füreinander damit ihr geheilt werdet das gebet eines gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist und das ist heilend wenn Sünde aufkommt oder irgendwas für Missstände aufkommen dass wir sie gegeneinander zueinander bekennen dass wir füreinander beten und dass wir wieder einig werden und am Bau weiter wirken können der letzte Punkt der sechste Punkt Gottes Werk wird bestehen und wir springen rüber zum Kapitel 6 und wir lesen die Verse 15 bis 16 und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen unter zwei Monate stellt euch vor das war was und dann es geschah als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dieses sahen da entfiel ihnen aller Mut denn sie erkannten dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war die Mauern sind fertig ein Großteil der Stadtbau ist fertig es war doch lang nicht alles in der Stadt fertig aber die Mauern waren da und wir sehen dass der Feind wo er das hörte keinen Mut mehr hatte er hatte vielleicht keinen Mut mehr sich jetzt heftig einzumischen oder weiter zu streiten gegen das Volk die Feinde wurden mutlos und warum und wir haben gelesen weil sie erkannten dass dieses Werk nicht ein Werk von Menschen war sondern weil es aber der Feind erkennt es war ein Gottes Werk liebe Geschwister zum Schluss will ich uns nur noch einmal verdeutlichen dass alles was wir machen egal wie hart wir arbeiten zum Bau der Gemeinde zum Wachstum des Reiches Gottes in dieser Welt es ist umsonst und wird zerfallen wenn es nicht Gottes Werk ist Salomo schreibt in seinem Lied im Psalm 127 Vers 1 da sagt er wenn der Herr nicht das Haus baut dann arbeiten umsonst die daran bauen wenn der Herr nicht die Stadt behütet dann wacht der Wächter umsonst wir können arbeiten wie viel wir wollen wenn wir das Werk nicht mit Gott anfangen und wenn Gott nicht das Werk voran bringt dann können wir vergessen wir haben ganz am Anfang gesehen Nehemiah er zerbricht vor Gott und in Demut bekommt er diesen Auftrag zu gehen und die Mauern wieder aufzubauen und da sehen wir Nehemiah er kommt immer wieder vor Gott und er betet immer wieder wo der Feind angriff wo Missstände im Volk aufkamen wo der Feind ihn persönlich verführen wollte er betete er betete immer wieder er wusste ohne Gott schaffen wir das nicht und weil dieses ein Werk Gottes war hat es Bestand und sogar die Welt und der Feind musste erkennen das das ist nicht ein Menschen Werk es ist Gottes Werk und genau das sehen wir auch wo die Jünger damals von Jesus predigten in Jerusalem im Tempel in Kapitel 5 in Apostelgeschichte lesen wir davon da wurden sie festgenommen und die Pharisäer wollten die umbringen und da stand Gamaliel auf und er sagte in die Verse 38 bis 39 sagte folgendes wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist so wird es zunichte werden ist es aber von Gott so könnt ihr es nicht vernichten und genauso ist es ist es von Gott so wird es nicht zunichte werden wäre das Werk an der Mauer Jerusalems ein ein Werk von Menschen so würden sie es niemals zu Ende gebaut haben sie hätten es niemals geschafft gegen den Widerstand gegen die Sünde gegen die harte Arbeit aber weil es Gott war hat er es Bestand genauso auch die erste Gemeinde wäre es von Menschen so würde es zerfallen weil es aber von Gott ist und war hat es bis heute noch Bestand existiert die Gemeinde bis heute noch es ist ein Werk Gottes und wenn wir probieren das Werk zum Bau der Gemeinde hier oder des Reiches Gottes selbst zu vollbringen so wird es zerfallen aber wenn Gott es ist der uns führt wenn Gott die Gemeinde baut so wird sie durch allem Bestand haben da können wir uns sicher sein das Werk zum Bau der Gemeinde muss von Gott sein und muss auf Christus gebaut werden er ist der Eckstein er muss die Ausrichtung sein die Gemeinde muss auf ihn stehen er muss das Fundament sein Gott segne uns im Nachdenken Amen Lass uns noch zusammen beten wer beten möchte kann es tun und dann schließe ich den Gottes ab Ja, danke, Vater, dass du die Gemeinde hier vor Ort auch hergestellt hast. Danke, dass du dein Werk voranbringst, dass du es schon über 2000 Jahre durchgezogen hast. Du wirst es vollenden, du wirst das Werk vollenden. Danke, dass wir einmal bei dir sein werden, dass wir einmal dir gleich sein werden, dass wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht anbeten werden. Danke dafür, dass du uns eine wunderbare Hoffnung gegeben hast. Herr, hilf uns aber auch, dass wir uns hingeben für dich, dass wir uns unsere Leiber opfern für dich, für dein Werk, dass du durch uns wirken kannst, Herr Jesus. Danke, dass wir auf dich bauen können. Danke, dass du unser Fundament bist. Danke dafür, Herr, dass wirklich kein Feind die Gemeinde zerstören kann, wenn du das Werk baust. Bitte segne uns jetzt auch weiterhin, segne uns auf den Nachhauseweg und auch den restlichen Sonntag. Amen.